Ich hatte heute eine kleine Führung gehabt, die ist eigentlich sehr gut gelaufen. Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich hatte heute eine kleine Führung gehabt, die ist eigentlich sehr gut gelaufen. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ja, nun sitze ich hier. Draußen wird es langsam Abend. Ja, so ist das Manuel am Abend, Freunde. Gleich werde ich hier Manuel am Abend fertig machen. Muss auch mal sein. Ja, habe heute schon viel gemacht, viel getan und alles andere läuft dann. Ja, und vielleicht heute Abend kommt da noch Aktenzeichen, das werde ich mir auch angucken. Und vielleicht, wenn da noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, werde ich mir einer dieser DVDs da unten mir angucken. Mal gucken. Oder das andere, was ich mir noch geholt habe, meiner 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 Freunde. Ja. Ich würde sagen... Wollen wir noch mal nach draußen gehen? Und tun wir das. In die Schüleins. Heute soll es eine kurze Mangel am Abend Folge werden. Ja. Ja. So, ein bisschen furcht, weil es ein bisschen geregnet hat. Ja. Dein Garten. So, einander, einander, ein Freund. Ja. Das Wetter ist gut. Da geht eigentlich... Ist ein bisschen kühl, aber ich werde jetzt gleich auch wieder reingehen. Würde sagen... Für heute war es das erste Mal. Mit einem anderen Abend der neuen Folge. Zwar heute nicht so eine allzu lange Folge, aber auch nicht so eine kurze Folge. Ja. Ich zeige euch jetzt noch einmal den Himmel. Und natürlich, was man da sieht. Wie gesagt, man sieht das Grün. Und den Baum. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Bis dahin. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss!